So langsam aufpassen, weiter dieses Dribbling, da zieht er ab! Jetzt, wir sehen es schon mit drei, vorne der nächste Dribbling, also diese Beute, nicht zu bremsen. Noch mal, das ist so eine Lose, siehst du kontaktärlich aus, und das ist das, was wir in der Lose sehen. Das ist das kurze Lose, schön in die Lose. Ja, das ist so eine Lose, das ist so eine Lose.